Hückelhofen, aktuell fährt Sarah Jane Wollny zweigleisig? Die 26-Jährige ist sowohl bei die Wollnys als auch bei Temptation Island VIP im TV zu sehen. Jetzt hat sie den traurigen Grund verraten, warum sie sich die Familiendoku jede Woche selbst anschaut. Während ein Großteil des TV-Clans seiner deutschen Heimat inzwischen den Rücken gekehrt hat, ist die sympathische Blondine in Rathheim, Kreis Hückelhofen, geblieben. Eine Auswanderung in die Türkei ist bei ihr kein Thema. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedern von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie geht Sarah Jane neben den TV-Dreharbeiten tatsächlich noch einem geregelten Beruf nach, als Krankenpflegerin. Auch Freund Tino schläft hier. Die 26-Jährige macht jedoch keinen Hehl daraus, dass sie ihre Familie sehr vermisst. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner über ihre Teilnahme am RTL-Treuetest-Format spricht sie diesbezüglich jetzt Klartext. Ich krieg gar nicht mehr so viel mit, gibt Sarah Jane offen zu, weil meine Familie ja auch viel in der Türkei ist. Früher hab ich halt mitbekommen, wenn meine Schwester mal Ärger bekommen hat. Ausgegrenzt fühle sie sich aber nicht. Um Mama Sylvia, 59, und die anderen Clan-Mitglieder zu sehen, setzt sie sich einfach jeden Mittwoch vor die Glotze. Das tut einfach gut, weil man kann trotzdem am Familienleben teilnehmen, obwohl man gar nicht dabei ist. Sarah Jane Wollny leidet unter der Trennung von ihrer ausgewanderten Familie. In ihrer Stimme schwingt dennoch eine gewisse Melancholie und Traurigkeit mit, während sie diese Sätze spricht. Immerhin hat Sarah Jane vor gar nicht allzu langer Zeit erst offen zugegeben, dass sie der Trennungsschmerz arg belastet. Trotzdem betonte die jüngere Schwester von Dreifach-Mama Sarafina, 29, im Rahmen einer Instagram-Fragerunde mit ihren Fans, wie wichtig es ihr sei, dass die ausgewanderten Familienmitglieder in der Türkei glücklich sind und sich wohlfühlen. Außerdem mache sie das Zuschauen vor der Flimmerkiste nicht nur traurig. Ich amüsiere mich da drüber. Ich sitze dann hier in meinem Bett und lache mich kaputt, weil ich das Real kaum noch mitbekomme, erklärt die 26-Jährige im Interview. Weitere Ablenkung findet die Nordrhein-Westfalen in ihrer Arbeit. Vor einiger Zeit hatte Sarah Jane gegenüber ihrer Community offenbart, dass sie im Monat manchmal über 200 Stunden arbeite. Schichten von bis zu 14 Stunden seien dabei keine Seltenheit. headed für einiger Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020